Ein Kumpel von mir ist voll der Bonobo-Affe, der, wenn der Stress hat, dann muss der rumbumsen, was das Zeug hält. Echt, also, der muss da alles rauslassen. Machen das Bonobo-Affen? Ja, ja, ist doch so. Also, ich weiß nicht. Bonobo, doch, Bonobo-Affen verarbeiten doch, kompensieren irgendwie alles über Sex, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich verwechsel die Affen hier nicht.